Der ÖAAB Oberösterreich war vor kurzem bei uns im HT1 Studio, um sich selbst einmal ein Bild zu machen, wie denn so ein Fernsehsender aussieht und was hier gemacht wird. Bei einem ausführlichen Rundgang durch das Firmengebäude wurden die verschiedenen Bereiche des Senders erkundet und erklärt. Auch in die Sparte des Medientrainings durfte hineingeschnuppert werden. Mehr Infos über HT1 oder wie Sie sich selbst für ein Medientraining anmelden können, finden Sie unter www.ht1.at. www.ht1.at.